Hallo und Willkommen zu einer weiteren Runde Blends with Zombies Garden Warfare 2 hier im Team Sieg Modus zusammen mit dem Mond Hallo, es kommt zu diesem kleinen Let's Player, wo der Plätschüsse Zombies mit dem Brutgemacht Die dummste Anworte Zombies, Leute, ich wollte eigentlich den ganz spielen, weil ich den saucool finde, aber weil ich mit dem in der Testrunde ein bisschen verkackt habe, spiele ich jetzt einfach zum Team Fürs Team, mit dem anderen, weil ich mit dem dann doch ein bisschen besser bin Aber Zombies würde mir jetzt auf die Schnelle eh keiner einfallen, mit dem ich hypergut bin Das ist eigentlich schon hier der Füße oder einer der Besten Nein, das wollte ich, ich habe vergessen, ich war in der letzten Runde, ich wollte, ich war halt in der letzten Runde schnapper und ich wollte gerade eben schnappen, äh, also rund 100 tauchen, ne? Jetzt habe ich das bemerkt Dumm Scheiße Nein, der hat so ein Ding geworfen, der Penner Sieben Gesundheit, ja okay, ich habe zumindest Hätte ich das gesehen, Leute Hätte ich das gesehen, hätte ich noch Hätte ich das, ist der noch oben? Oh Okay, nun siehst du an mich selbst, wie wenig Schaden macht das? Giftgasangriff Ich fände ich wohl, dass du zum zweiten Mal vom gleichen Reset hast Jawoll, Leute Ich habe noch ein neues Leben, ich weiß gleich Was, noch ein neues Leben? Ja, ich habe noch ein neues Leben Ja, okay, endlich Alter, wie viele Leichen hier rumliegen von uns Drei Abschüsse Ich, als ob, ich werde schon wieder, wiederbelebt, oh Gott Nein, 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 nein Oh, von zwei Seiten Ich wurde jetzt halt dreimal wiederbelebt und habe vier Abschüsse gemacht In, 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 nach einem Tunnel, lol So was nennt man guter Mate So, komm Ach so, wie viel Leben hat er noch? Das, das interessiert mich jetzt tatsächlich, weil ich habe ihn schon ein bisschen was abbezogen Oh, der hat schon schön, die Kacke Ah ja, wenn ihr noch mehr, äh, von Spiden das, äh, Spießchen wollt, dann lasst doch gern ein Like, dann schrappen, kommt er Oh, ich wusste gar nicht, dass die Klingel funktioniert, lol Komm, komm, komm her, Dave Bei manchen mache ich richtig wenig Lily, bei manchen richtig viel Ich wäre bei Samäsee God, komm jetzt mal jemandem erklären den Kopf, da und danke Nein gerade richtig schlechte runde freunde ich hätte eigentlich eins drücken stade weil ich wiederbelebt also ich bin glaube ich der einzigste wo fast nie diesen laser bei diesem super hier bin ich weiß nicht so schlecht ich glaube ich glaube ich ich probiere es mal aus erhebt die st wie viel Zeichen denn noch abziehen aber ich habe ja und jetzt kommen wir drei zu erbsen. Achso, ja, okay, den kann ich gar nicht bekommen. Weil das ist so ein Blumes. Ach man, wir verlieren schon Witter. Das ist doch kacke, ey. Halt voll netz. Schreibt man in die Kommentare, was für Modus ihr gerne noch sehen wollt. Ich denke, die meisten man ja wissen, was es so für Modus gibt. Gut, die, die es nicht wissen, haben Pech gerade. Oh, als wäre das Knatschig, Alter. Halt die Goschen, sonst komme ich wieder mal. So macht das. Nein, der wurde wiederbelebt, der wurde wiederbelebt. Schüttel, 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 schüttel. Nein. Ey, die Superattacken liegen auf 1, 2, 3, ne? Warte, ich wiederbelebt dich. Das ist richtig kacke, von W ganz schnell zu 1 und 3 zu kommen. Das müsste QE und 2 sein, dann wird es richtig chillig sein. Ach, das ist richtig kompliziert. Das kann man doch in der Steuerung ändern, oder? Ich hoffe, ich wollte da eh schon länger mal nachschauen. Der, ach man, Leute, richtig schlecht. Ich glaube, ich war der letzte Besiegte. Also Leute, Dislike für diese Runde auf jeden Fall. Aber trotzdem bedanke ich mir auf irgendwas zu schauen. Ich fand die Runde eigentlich nicht so schlimm. Du hast das letzte Wort diesmal. Tschüss.